Am 6. September Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloss, meinen blauen, einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum ersten Mal tanzte, abzulegen. Er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen Kragen und Aufschlag und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu. Ganz will es doch die Wirkung nicht tun. Ich weiß nicht. Ich denke, mit der Zeit soll mir der auch lieber werden.